Mein Name ist Shankarise Sanne Hill und ich starte meine erste Crowdfunding-Kampagne. Und zwar für mein drittes Mantra-Album, Mantras for Peace and Joy, das Mitte November erscheinen soll, mit 13 Mantras, die alle die Energie von Frieden und Freude in uns besingen und anrufen. Und wenn du die Energie von Frieden und Freude in dir spüren kannst, kannst du sie auch in die Welt hinaustragen. Ich möchte meine Musik in die Welt hinaustragen, um sie damit ein wenig freudvoller und friedvoller zu machen. Dafür brauche ich deine Unterstützung. Die Kampagne startet am 11.10. auf startnext.com. Klick einfach auf den Link oder folge mir die nächsten Wochen auf Facebook und Instagram, um schon einmal in das Album hineinzuhören. Ich danke dir, dass du mit dabei bist. Ich danke dir, dass du mit dabei bist.